Hallo liebe Zuschauer! Heute zeigen wir euch Essie-Nagellacke, die wir vom Essie-Shop zugeschickt bekommen haben. Und der Versand ging auch ganz schnell und der Postbote war auch ganz nett, der war ganz freundlich und der hat gesagt... Hier sind eure Scheißpakete! Ja, das war so. Jetzt aber zur Flasche und zur Behandlung. Erstmal muss ich sagen, dass die Flaschen sehr gut in der Hand liegen. So, sehr schön. Und der Flaschenhals geht auch ganz schnell auf. Man braucht da gar nicht so viele Umdrehungen. Ja. So schnell geht das. Und dann muss ich sagen, dass der Pinsel auch ganz schön dünn ist, weil er dann auch auf jeden kleinen Nagel passt. Das finde ich auch erstmals schön sehenswert. Und ja... Dann muss ich noch dazu sagen, dass der Farbname sich sehr schön hält auf der Verpackung. Auf beiden Flaschen. Ich muss sagen, auf der jetzt nicht so ganz schön... Seht ihr, diese 7 und noch diese 3 dahinter. Und dann noch die Farbbezeichnung Cute as a Button dahinter. Das ist sehr schön, dass die Farbnamen hinschicken, hintuten. Der Strichcode ist auch noch sehr toll zu erkennen. Genauso wie bei dem anderen Fläschchen. Das mag ich auch sehr gerne. Und das war es jetzt auch schon mit unserer Review. Und wenn wir jetzt das Video noch länger machen, dauert der Upload wieder noch länger. Weil wenn wir hier scheißen 3 Minuten hochladen wollen, dauert das 15 Minuten, bis das erstmal oben ist. Ich kriege da die Krise. Man! Ja, aber das war jetzt erstmal unser Video. Und bis zum nächsten Mal. Effi! Tschüss! Tschüss!